ich bin noch auf dem schiff moment ich guck mal ja runterkommen ich dachte ich hab dich ich hab dich mich zugeht zu dir gebeamt jetzt bin ich irgendwo bin ich dann komische blume blüht wieder schön euch in bester gesundheit wieder zu sehen wir haben euch im wasser treibend gefunden ich habe schon leichen gesehen in denen mehr leben steckte aber kapitän karlin ist trotzdem ins wasser gesprungen und hat euch ausgefischt und sie kommen wir runter vom schiff sie ist kapitän auf diesem schiff derzeit ist sie auf land gang um leute für unseren jüngsten auftrag anzuwerben vielleicht wollt ihr ihr einen besuch abschaffen mich mit drauf nehmen geht das leider nicht selbst ein ganzer ameisenbau ist nicht so geschäftig oder so entschlossen wie unser kapitän es ist eine ehre für mich auf diesem schiff zu die ihr seid im bauch der speerspitze dem schiff von kapitän karlin ich bin eines der wenigen mannschaftsmitglied auf dem schiff geblieben sind je weniger worte man über diese blutdruck verliert desto besser ich habe kapitän wieso portest du hier jetzt von mir weg ne du ja reichen streichen und anik hat einfach verschwind die bus gemacht okay richten tagebuch nicolins tagebuch privat untersuchen hey du wer immer du bist das ist privat privat wenn du es liest werde ich dich töten jetzt weiß ich warum noch nicht informiert hat ich schwöre es wollte ja zu dir reisen markus und dann gehört ja zu deiner reihe zu deiner geschichte noch die mit dem schiff ach so okay ja dann muss man das erst mal beenden ja ich habe hier im tagebuch gewittert ich glaube jetzt bin ich tot flasche leer wir nehmen den sachen auch kann man sachen aufnehmen aufpassen wenn das stehlen steht bist du verhöhnt das ist steht nur drauf flasche leer dann bringt sich ja nicht im moment zumindest weil ich die axt aktiviert verdammt so ich gehe raus ich bin auf dem schiff nur noch da steht jemand aus wir folgen ihnen weiß wo der ist ja nämlich die anderen sachen gehen gar nicht mehr wo rennst du denn hin zum schiff ich bin mit dem pferd fast genauso schnell wie du aber jetzt spieler wissen die kapitänin hin aber nicht erschrecken ich habe meinen krebs also auf dem großen schiff bin ich gerade heruntergelaufen mehr oder weniger also ein weiter nach ein steg weiter ohne maus ja warte ich bin ins wasser gefällt gefallplumpst ich sehe dich ich sehe dich da hilft jemand ich bin hinter dir ich habe noch winken ich denke mal kurz mal märts im aufdauersende mal gucken wie es klappt doch doch mit dem taster drücken kann man auch winkzeichen geben irgendwie ich glaube nicht da war dann also mit f lieber nicht gewesen f1 nee nee warte aber guck warte ach ja wie war denn das den chat aufmachen test 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 alles gut ja super den chat aufmachen schrägstrich und dann flute 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 schreiben äh was den chat 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 achso ein enter taste drücken ja mhm dann schrägstrich den über das 7 ja ja und dann flute kleingeschrieben flute ein innerer flute oder muss da noch mehr sein was man machen kann oder nicht ja ich weiß aber ich weiß jetzt nicht mehr wie toll wie heißen die dinge kann man vielleicht mal kurz nachgugeln ein blast welt weil es nämlich die achse in der hand was ist das denn jetzt hier man merkt ich bin alt es gab so viele sachen aber ich glaube einiges geht gar nicht mehr nein ich denke die weg die waren das äh ich will die achse zu sehen ich bin hier oben hier unten meinst du äh hier unten ja was machen wir jetzt in der nacht hier ja ja müssen wir mal gucken ob hier müssen ja irgendwo Quests sein ne sehe ich zum beispiel eine die ist da drüben ja mein begleiter Gott den hab ich auch hä da sein ja danach kommt ein Drache Gott ich seh nicht aus wie sehe ich denn eigentlich die Quests wo oben ist da so ein Pfeil ein ja leiste die siehst du nur wenn du sie aktiv hast die musst du suchen aha nicht unbedingt ich hab die ja auch nicht so aktiv weißt du ein Huhn wo ist denn das komische Huhn hier oh äh 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 scheiße was ihr habt ein Nutztier getötet ja das ist das das meinte ich vorhin jetzt habt ihr Kopfgeld ne ich ne ich hab kein Kopfgeld ne ok gut warte hier habt ich hast du Kopfgeld warte ich guck mal ich lauf mal irgendwelchen Wachen entgegen das müsste ganz rechts stehen unten rechts nö nö steht nix ok dann hast du Glück gehabt wenn ich sie jetzt stehlen würde dann wahrscheinlich hm dann lasst ihr ihn da rein drin liegen hier ist sie hier können wir anreden ja oh hab ich auch noch keinen schaut euch das an hier hab ich auch noch krass unser beinahe ertrunkener Freund ist wieder bei Kräften ich war mir nicht sicher ob ihr durchkommt eigentlich habe ich euch nur aus dem Wasser gefischt Meister Kassan hat euch wieder zum Atmen gebracht das wichtigste ist dass ihr noch lebt aber wenn ihr euren Dank beweisen wollt dann könnte ich etwas Hilfe gebrauchen hm dann helf mir doch mal einen Auftrag alle die dabei sind werden reich ich brauche jetzt nur ein neues Gesicht richtig jemanden den der Anführer und brutalste Schlichter vor Ort Oberhaupt Bosek nicht kennt und nicht abhalten wenn er nichts zu tun hat haut er immer auf den Boden ne es geht im Grunde nur darum dass ihr die Leute anwerbt die ich brauche dann bekommt ihr auch einen Anteil habt ihr Interesse? oh ja komm gib mir die drei Leute die ich brauche sind Lerisa die Gerissene Yakan und Neramu alle drei oder auch nur einer von ihnen würden mir reichen er ist ein Dieb aber nicht irgendeiner sondern der beste den es gibt er wäre eine große Hilfe bei dem Beutezug den ich geplant habe das Problem ist nur dass er Bosek bestohlen hat keiner bestiehlt Bosek also wurde er ins Grab unter Boseks Palast geworfen uch hier hat irgendjemand ein Asser es gibt einen Eingang vom Flussufer aus unterhalb des Palasts achtet auf Fallen und die anderen Gefangenen da unten ist jeder ein Mörder das ist der schlimmste Abschaum der ganzen Insel mhm das ist das Grab mhm man kann jederzeit wieder gehen sofern man es lebend dort rausschafft naja ich muss die drei Leute freibringen Oberhaupt Bosek wie er sich heutzutage nennt er hat vor Jahren ich hab noch da ein paar Fragen mhm er hat den alten Herrscher einfach umgebracht und seinen Platz eingenommen Kapitän Helane aber sie ist noch schlimmer als Bosek ihre Seedrachen haben das Sagen in Heilighafen südlich von hier die größte Mörderwander auf allen Meeren Bosek und Helane dulden einander keiner von beiden ist bereit für einen Krieg noch nicht mhm außer Donald Trump die kreischende Meerjungfrau ist gleich die Straße hoch hier ich hab einen bei mir in der Liste ein Redling der hat schon Stufe 223 krass toll auf Boseks Schläger die Blutfäuste kommt ihr einem in die Quere kommt ihr allen in die Quere und dann spießt Bosek habt ihr die Fragen immer noch nicht durch? die frägt ja Löcher und das ist ja übel ja wirklich ich hab alle Fragen schon durch dann weiden euch die Seedrachen aus mhm ja gelesen diese Verräter sind dieser ich lass ja sappeln wisst ihr an den Galleonen der Bretonen kann man sich ein Vermögen verdienen die Sache ist nur die das König Faharajat uns dazu aufgerufen und hat die Überfälle auf die Bretonen einzustellen ne weil wir jetzt ja alle zum Deutschsturzbündnis gehören als loyale Rotwardonin hab ich mich auch durch dass du bis durch mich mal reinbeißen ja das Feuer war jetzt zu heiß Prost Prost Madame wenn eine andere Meinung auch ein Mordanschlag mit einschließt dann könnte man das wohl so ausdrücken ein Haufen verdammter Meuterer Lambour, ich und ein paar andere haben sie vom Schiff gejagt aber es hat eben die Runde gemacht so Lambour, genau der Rotwarden aus Alec, guck mal ui, ganz grün ui du bist so grün das ist ein Andenken wie machst du das? hab ich freigeschaltet schon mit meinem größeren Charakter aha Andenken so heißt es Unter Sammlungen und warte mal was ich was kann Sammlungen? Befertigkeiten oder was? guck mal, hinter dir steht ne Bärenfalle nicht reintreten, ne? Reintreten Sammlungen wo? Kannst du nicht reintreten, glaub ich Richtung, Waffen Lauf mal zurück mal gucken ob du reintreten kannst äh? hat zugeschnappt ja? ja ja wie gemein ja, ne? wo sind denn die Sammlungen? ach da, oh oben mal gucken ob du sowas schon freigeschaltet hast mitgenommene Bärenfalle und Andeckdorf von Wurzelbruch hab ich schon freigeschaltet Wurzelbruch bei mir ist noch alles grau ok wie geht denn das? ich weiß es nicht wie ich das freigeschaltet hab frag mich nicht ich weiß es nicht mehr äh ich glaube das ist das wenn du ein Gebiet abgedingst hast äh abgearbeitet hast irgendwo war das Andenkel von Wurzelbruch wenn du bei Wurzelbruch warst siehst meine Freundin vieler Worte ok und Kater muss ich bei der anderen mal gucken wo ich das freigeschalten kann wo seid ihr Achter? alle Sammlerstücke ne ok sucht unter dem Palais wo sich der blutige soll ich mit dem Typen nach vorne reden? was? ok dann müssen wir dann weiter, ne? ach so, das ist ein Spieler oh, ich kann meine Fertigkeiten wir müssen hier aus dem Dorf wieder zurück raus gehen ähm ich weiß wo wie kann man wie kann man das eigentlich machen dass man ähm mehrere ähm Fertigkeiten ö ö ö ö wie sagt man mehrere Fertigkeiten spielen kann das ist ja voll scheiße hm kann man die dann immer auswechseln oder was? ja die kann man auswechseln, genau die müssen hier aus dem Dorf raus das Meer ist meine Latrine na dann viel Spaß wo bist du? ich bin unten beim 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 Typen der hier gerade stirbt warum das? ja ich hab mich gerade gewundert wer das ist da unten im ach so Käfig aber er will da unten sein ich folge euch mal ich fährt unten weil sonst sonst bin ich erlaubt mir das ist ja doof mich irritiert das ein bisschen dass so viele Leute hier rumrennen das ist normal du musst einfach unseren den Teilen folgen kann man die nicht ausblenden, ne? nö kann man schon denke ich mal in den Einstellungen aber weil ich halt nicht weiß wen ich anreden soll oder was? ja weil ich nicht weiß wen ich anreden soll oder also wer das NPC ist oder das siehst du wenn du anredest guck mal wenn du auf der Karte guckst ist er zum Pfeil und auf dem Kopf der Charakter den du ansprechen musst ist er am Pfeil hier kommt mit kommt mit bitte ah hier oben leuchte was? hier oben hm müsst ihr euch holen die Himmelsscherbe wegen den Fertigkeitspunkten ah ich werde gesegnet drei von drei Scherben hab ich noch cool ich auch, nice toll, ne? rennt einer hin, rennen alle hinterher so nach dem Boden juhu wir haben sie auch gefunden wir haben sie auch gefunden hm sie ist genau hier eine Dwemer Ruine die weder von Banditen noch von Dieben geschändelt wurde doch ich komme nicht in sie hinein ein Wunder kaum zu glauben dass die Dwemer des alten Wohlenfell bis nach Stross-McKai gekommen sind mein Bruder und ich durchkämmen den Außenbereich der Ruine jetzt schon seit geraumer Zeit aber wir konnten nie bis ins Innere vorstoßen neues Buch entdeckt also sobald ihr irgendwelche Bücher entdeckt aus verschiedenen Gründen immer gucken, ne? einer ist, wo überhaupt Bosek mich beauftragt hat die Ruinen zu erkunden ein faszinierender Aspekt der Dwemer Ruinen sind die uralten Mechanismen die man darin findet Bosek denkt man könnte sie in Hundingshafen einsetzen ich muss hineingelangen um das zu untersuchen ein ausgezeichneter Vorschlag ich glaube dass diese Automat die Tür öffnen könnte immer ganz kurz bei den Fertigkeiten was gucken ich habe zwar seinen Steuerstab aber mir scheinen zwei Fokus-Kristalle zu fehlen sie sind in der Nähe doch einige der örtlichen Kreaturen halten mich davon ab sie an mich zu nehmen ja das kümmert mit den Fokus-Kristallen kann ich diesen Steuerstab fertig stellen und den Automaten gefahrlos reaktivieren während ihr die Kristalle beschafft nehme ich die entsprechenden Anpassungen am Konstrukt vor einige nennen sie auch Zwerge ein Volk von brillanten Schmieden und anderen Handwerkern das einen unglaublichen Einfallsreichtum besaß sie haben gewaltige unterirdische Städte gebaut die voller bemerkenswerter Erfindungen waren jetzt sind diese Werke alles was von den Dvehmeer geblieben ist niemand kann das mit Gewissheit sagen einige glauben sie seien zu Göttern geworden andere behaupten sie wären von einer ihrer eigenen Torheiten verschluckt worden vielleicht ist beides wahr sie sind vor langer Zeit verschwunden das ganze Volk ja die T-Tacks sind meistens lauter als alles andere nicht hä wieso hat denn das jetzt nicht geklappt verdammt bei dem Schatz den ich suche handelt es sich um Wissen das nur für Gelehrte von Wert ist jene die mir dabei helfen es zu erringen können aber davon ausgehen dass sie gut belohnt werden seit wann spielst du denn das Dany ähm das ist jetzt grad gar nicht weil er auch wieder gar kein ich geh mal ganz kurz was ich geh mal ganz kurz was hier geht's wohl boah alter Schwede da sieht der süß aus uah ist es deiner? ne ja wie was ich bin hier ich blute verdammt wie das? ja du blutest uah was war das? du blutest immer noch ne? ja ich weiß aber ich weiß nicht was ich da machen muss warte ich heile dich hattest du deine Tage? ja ich bin ausgelaufen tut mir leid soll ich dir ein OB holen? dann bist du eklig mhm okay ich kann dir nur ein Skorpion geben Skorpion? lass mich mal ganz kurz was gucken nochmal im Charakterfenster nach der Fenster soo und das haben wir uah ehe? so wo müssen wir eigentlich hin? ich war meinem ich weiß wo hm ja ja leuchtet jetzt bei dir? ja ich war hä? da hab ich aber kein Zeichen und nix doch das sind Zeichen sind Kula Kula runter dann müssen wir weiter zum Wasser ja einmal und einmal runter ja ich sehe hier drüben jemand ja da ist das nicht das ist das nicht? hm wie das? ja das liegt aber das mit diesem Blitzdings das hilft auch nicht viel, wa? ja warte mal ich muss das wieder umstellen ist der stark der Wolf? weil das müsste hier irgendwo ich will hier irgendwo rein kann ich dich mit dir kuscheln? da da hoch äh Hilfe ist doch so der ist tot der Blueboard ja ja obwohl ich ihn jetzt nicht ach man ja geh weg komm komm geh mal runter ja ne ich kann jetzt nicht Muster nicht alles aufsammeln ich wo ist hier genau du hast nur begrenzte ähm Tasche also wenn du nachher voll hast dann ist die ganz voll hier ist der Eingang ich hab den Eingang gefunden mhm du kannst auch irgendwann kannst du neu 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 kaufen aber das ist auch so teuer das geht ich hab letztes mal eine geholt wie das dir stein hier ja ah ok die Quest hatte ich noch gar nicht mhm liegt ein Moll? hier ja da liegt ein Moll ja ah ähm noch eine Info vorweg bei manchen Quests reicht es wenn es einer macht und bei manchen Quests muss leider jeder das selber machen ich weiß ok krieg ich meinen im Endeffekt aber Fallschaden ne? krieg man ja mhm Fallschaden ja um zu aufpassen frischchen ja ja das Problem bei den Tieren ist die werden hin und wieder mal gespompt ja 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 wenn der eine der zwei zu dir ist kann es sein dass der nächste hier gespompt hat oh tue meins 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 wolf tue ui 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 kann man gar nicht öffnen ui 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 die geht es echt ab hier Gioranimo muss ja erstmal wieder reinkommen in den Kämpfen warte mal kurz ich muss meine Fähigkeiten nochmal ich habe irgendeine Fähigkeit rausgeschmissen ok ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche ach ok jetzt hab es Gott man hat Fähigkeiten ja man hat Fähigkeiten nach einer gewissen Zeit äh nicht Fähigkeiten Fertigkeiten ey was ey für unverhofft ne ja Faro vielleicht er hat mir ein Pfeil in den Puppes geschossen ui das ist nur die Wurst war ich dachte da bei dir war werden wollen aber es gut hm macht er noch Fokus Kristall der soll hier irgendwo sein der ist hier ja ich hab hier gerade ja hier hast du blut ist sie bluten was ist denn jetzt los ich kann nichts ich weiß ich kann ihn zwar annehmen doch ich nicht irgendwie ich kann nichts mehr annehmen hier ja die quest ist jetzt fertig müsste oder ja ja genau vielleicht mit näherer am eingang hast du es auch oder hast du drüben die kreis gar nicht richtig angenommen jetzt ging das ok das ist eklig jetzt nicht in den roten kreis weil sonst bist du gegrüßt alter auf einmal her mir ein stück zurück was hast du eigentlich für ein dings genommen direkten kann also charakter nicht hier hier klasse und so meinst du mich über das kaktus ja wer heißt denn sonst hat so ja das haustier ohje jetzt wird schwierig nämlich ein dungeon wenn wir da rein müssen ich habe die spinne wieder zusammengebaut aber ich muss sie kontrollieren wo wir gerade davon sprechen habt ihr die kristalle gefunden nur was abgeben jetzt stecke ich den stab einfach so hier hinein übrigens hoffe ich dass ihr den mechanismus zerstören könnt falls ihr uns angreifen sollt ja das geht schon mal sehen es funktioniert krabbelt es funktioniert doch rein natürlich war mir das schon vorher okay und hat er gesagt ja wir haben